Wie kann man am besten mit Hassreden umgehen? Mache jetzt Jim und alle haten nur. Ich glaube, die Frage solltest du an erster Stelle beantworten. Und dann könnte ich das. Also, ich habe auch schon viel Hate abbekommen für das, was ich im Internet sage. Eins musst du dir klar machen, Yannick. Und natürlich, wir reden nicht nur über Yannick jetzt, aber für all die Leute da draußen. Ich sage nur Yannick, weil er die Frage gestellt hat. Wir reden nur über Yannick. Ich habe auch schon Hate abbekommen. Und das komplett unzurecht. Ich habe den Leuten nur probiert, ein bisschen die Augen zu öffnen. Ich motiviere Leute, muss ich mir vorstellen. Ich motiviere Leute, ich werde dafür gehasst. Weil ich Leute probiere zu helfen. Dafür werde ich gehasst. Das ist normal. Passiert. Ein weiser Mann sagte eins, wenn du keine Hater hast, machst du irgendwas falsch. Weil es gehört dazu. Du musst nicht jedem zusprechen. Du musst es auch nicht jedem recht machen. Schlussendlich ist es dein Leben. Und du musst wirklich, was diese ganzen Hater angeht, nutzt das als deine Energie. Wenn jemand dir sagt, dass du unglaublich fett bist, dann nimm es doch als eine Motivation, um ihm zu beweisen, was für ein dummes Stück Scheiße er ist mit der Aussage und du trotzdem an dir arbeiten kannst. Wenn jemand dir sagt, wie dumm du bist, dann nimm dir die nächsten drei Bücher, die du siehst, fließt dir durch und sag ihm, fick dich, ich bin nicht dumm. Nimm das doch als Motivation. Ja, aber guck mal, dann nimm es doch als Motivation. Natürlich, den musst du es nicht beweisen. Schlussendlich musst du es nur dir selbst beweisen. Aber dir selbst beweist du es ja, indem du es den anderen Leuten zeigst. Weißt du, was ich meine? Für mich selber war immer dieses, wenn ich den Leuten, es ist für mich gewesen, nicht für die Leute da draußen, wenn ich den Leuten beweisen kann, dass ich nicht das bin, was sie von mir denken, dann habe ich mir selbst bewiesen, dass ich aus mir selber herauskommen kann. Wenn mir jemand sagt, du willst nie einen schönen Körper haben, wenn ich sage, halt deine Fresse, ich werde einen schönen Körper haben, dann habe ich den schönen Körper und dann habe ich mir selbst bewiesen, wenn ich etwas verändern will, es auch verändern kann. Und das pusht einen. Und das pusht einen unglaublich. Und das ist doch diese Energie, das ist doch dein Benzin, dein Feuer, damit du endlich mal diesen Schritt gehst, damit du den Leuten endlich beweist, dass du nicht das bist, was diese ganzen Leute dir sagen. Und Hate, sonst, wenn du wirklich weißt, es ist ein Bullshit-Kommentar bei Sachen, die du nicht verändern kannst, beispielsweise. Und jetzt werde ich ein bisschen deeper, ein bisschen tiefgründiger und ich erzähle euch jetzt ein bisschen was von mir. Ich hatte sehr lange Komplexe wegen meiner Größe. Wirklich. Ich weiß, wir machen da voll oft Späße und so alles. Jetzt kann ich auch Handel darüber lachen, weil mich interessiert es nicht mehr. Aber ich hatte wirklich eine sehr lange Zeitkomplexe wegen meiner Größe. Ich bin vielleicht 1,72, 1,73 groß und ich habe mir immer gewünscht, 1,80 zu sein. Weil dieses Ideal war immer, oh mein Gott, gerade bei Mädchen oder bei Frauen, damals Pubertät, ich will einen 1,80 Freund, ich will 1,80 Mann. Das ist so attraktiv. Mittlerweile schon größer als jene Mal. Mittlerweile 1,90, keine Ahnung. Wir sind 1,22, einfach mal. Wir sind 1,22, zu sagen, ich will so einen Mann. Ja, und ich hatte sehr lange Komplexe deswegen tatsächlich. Und irgendwann habe ich dann realisiert, egal was ich mache und ich schwöre, ich lüge nicht. Ich habe mir YouTube-Videos angeguckt, wie man wächst. Ich habe mir geguckt, was man nehmen kann, ob ich Hormontherapie mache, damit ich größer werde und so alles. Es war wirklich schlimm. Ich schwöre, ich saß zu Hause, ich habe Midlife-Crisis gespielt, weil ich mir gedacht habe, ich wachse nicht mehr. Und ich bin auch nicht mehr gewachsen. Aber trotzdem, ich bin aus dieser Sache, Alhamdulillah, rausgekommen. Warum? Weil ich gemerkt habe, das Leben ist mehr als nur diese Oberflächlichkeit und diese Scheiße, die die Leute einreden. Gerade dieses Thema Attraktivität. Woher willst du wissen, dass das attraktiv ist? Nur weil dir diese ganzen Vollidiotinnen und Vollidioten da draußen sagen, dass das und das schön ist, die sowieso nichts im Kopf haben. Warum sollst du auf die hören? Wenn du aber dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein nicht hast, so zu denken, dann spielt das in deinem Leben schon eine Rolle. Und wahrscheinlich ist Yannick gerade da, weil er gesagt hat, ich will Jim durchziehen und alle haten nur. Sonst würde es er nicht erwähnen, wenn ihm das nicht wirklich im Herzen liegt. Du musst schlussendlich selber wissen. Gerade so was. Und Yannick, ich will ehrlich sein. Das Problem, oder generell an euch alle, das Problem mit, ich will Jim durchziehen, alle lachen, weil du dick bist oder so. Dick sein kannst du verändern. Wenn du aber ein Problem hast wie, keine Ahnung, meine Körpergröße zum Beispiel. Große Nase, Hausfall, solche Sachen. Ja, was auch immer, so genetisch bedingt, wo du weißt, es gibt vielleicht keine Hoffnung mehr. Gerade bei den Sachen, die du nicht verändern kannst, hast du genau zwei Entscheidungen zu treffen. Entweder du hast diese Veranlagung und du bist der größte Lappen und das größte Opfer, wer das auf alle hört. Oder du hast diese Veranlagung, du bist der größte Motherfucker, du hast alles andere in deinem Leben so krass hochgepusht und bist auf so einem Level in deinem Verstand und in allem anderen in deinem Körper, dass du mit dieser Veranlagung trotzdem besser bist als jeder andere im Raum. Ich konnte mich auch entscheiden. Entweder ich bin 1,70 und ein Lappen oder ich bin 1,70 und ich bin ein Genie. Schlussendlich liegt die Entscheidung bei dir und nur bei dir. Gerade bei Sachen, die du nicht verändern kannst. Wenn ich schon Hate hatte, dann war das immer nur so ein kleiner Teil, ein geringer Teil, weil ich jetzt nicht so eine Reichweite habe wie du. MashaAllah. Nee, aber muss ja nicht unbedingt das sein. Kann ja auch bei allen anderen Sachen sein. Ja, ich habe Hate eher unter Freunden gemerkt. Das kam einfach mit der Zeit, wenn man, man erkennt ja irgendwann mit der Zeit, wer deine engen Freunde sind und wer nicht. Und ich habe immer durch meine engsten Freunde gehört, was andere über mich gesagt haben oder dass sie über gewisse Sachen von mir mich ausgelacht haben und alles. Und ich habe mir in dem Moment einfach nur gedacht, eigentlich hat er sich selbst ins Bein geschossen. Weil die Leute, die einen auslachen, sind eigentlich die Leute, mit denen man Mitleid haben sollte. Sie haben einfach nichts Besseres im Leben zu tun, als Fehler oder schlechte Sachen bei anderen Menschen zu suchen. Ich könnte auf alle schwören, diese Menschen wissen nicht mal selbst, was besonders an sie selbst ist, also was besonders an ihnen ist. Was meinst du, woran das liegt? Das liegt einfach daran, dass sie eine sehr schwache Persönlichkeit haben. Witze zu machen und andere zum Lachen zu bringen, ist schwieriger, als einfach jemanden auszulachen. Jemanden auszulachen ist leichter. Weißt du, was ich meine? Und was suchen sich die schwachen Menschen aus? Die suchen sich den leichten Weg aus. Sie lachen lieber jemanden aus, anstatt die Witze zu machen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das war jetzt nur ein grobes Beispiel. Und das fällt mir bei Hatern ein. Und deswegen, egal welchen Weg ihr eingeschlagen habt, ihr schlägt ja diesen Weg ein, weil ihr einen Traum habt. Egal, wer dich auslacht. Wenn du einen Traum hast, wo du denkst, okay, das kann gut für die Zukunft sein, das ist was Gutes, dann mach es einfach. Einfach machen. Man sagt doch, egal ob die ganze Welt gegen dich ist, mach dein Ding. Weil im Endeffekt, wenn du etwas machst, was den anderen gefällt, aber dir nicht, wirst du dein ganzes Leben lang unzufrieden sein. Aber wenn du etwas machst, was dir gefällt, aber allen anderen nicht, dann wirst du trotzdem zufrieden sein. Dann wirst du sagen, egal was alle machen, ich bin gerade so glücklich mit dem, was ich tue. Schaut euch ihn an. Bestes Beispiel, Alhamdulillah. Ich rede jetzt gerade so über ihn, weil er ein sehr, sehr gutes Beispiel ist dafür. Wallah, ich schwöre sogar hier, ich habe sogar gehört, wie Leute schlecht über ihn reden. Ich habe in dem Moment auch meinen Mund aufgemacht, weil ich mir gedacht habe, warum ist das so? Es muss dir doch nicht gefallen, es muss dir doch nicht passen. Die Menschen, die das gesagt haben, sagen jetzt, krass, hast du Reichweite gehabt und so. Ist gut geworden, läuft ja jetzt gut. Die sehen jetzt, dass er, Alhamdulillah, mehr aufgebaut hat, als er davor hatte. Ich rede jetzt nicht von einem hoch, einem krassen Star, aber er ist auf dem Weg, inshallah, ein Star zu werden. Und das ist das Krasse. Und an der Stelle, danke an alle, die schlecht über ihn gerinnert haben. Jetzt ist er da, wo er ist und inshallah, wird er noch höher kommen. Und das ist ein gutes Beispiel. Egal was ist, Yannick, mach weiter. Vielleicht ist das dein Schicksal und diese Sache, dass diese Leute schlecht über dich reden, wird dich so hoch pushen, dass du irgendwann den Leuten helfen wirst, so zu sein wie du. Noch eine kleine Sache. Und da gibt es einen schönen Spruch. Shoot for the Moon, and if you miss, you will land among the stars. Schallah, ich habe verstanden. Schieß für den Mond? Also, ziel auf den Mond und selbst wenn du nicht triffst, gehörst du zu den Sternen. Da würde ich sagen, ich glaube, wir haben Yannicks Frage gut beantwortet. Übrigens, die Antwort jetzt geht nicht nur an Yannick. Yannick, ich hoffe, du kannst jetzt erst recht was mitnehmen, weil wir haben jetzt deinen Namen auseinandergenommen für diesen Podcast. Podcast Nummer 7, Yannick, wir helfen dir. Am Ende guckt er den Podcast nicht mal. Das ist ein Hater, aber. Die Gucken. Bis zum nächsten Mal.